Ich verstehe, dass Sie als Mutter alles für Ihre Tochter tun wollen. Aber ich kann leider auch nicht... Ich denke, Sie können etwas tun. Ich war stark. Die ungeklärten Geschichten. Die ganze Furcht. All die Angst. Die Freude. Schon bei unserer ersten Begegnung wusste ich, das ist der Richtige. Wenn ihr so gut anfängt, kann es ja später bloß nur schlechter werden. Ich gehe gerne mal die Zeugenaussage durch. Was denn für eine Zeugenaussage? Ich gehe gerne mal die Zeugenaussage. Ich gehe gerne mal die Zeugenaussage. Ich gehe gerne mal die Zeugenaussage. Untertitelung des ZDF, 2020